Salve und willkommen zu We Were Here Together mit Elisabeth. Hallo, Streetshot. Wo bist du? Hä, wo bist du? Ach, da. Ich hab dich die ganze Zeit um dich gedreht. Es schneit hier drin, wusstest du das? Ach nee, das ist Glitzerflug in allen Wänden. Wow. Das ist Glitzer, so kein Schnee. Schneider nicht in die Höhle, bist du hier von allen guten Geistern verlassen. Ja, komm. Ja, komm, wir hauen ab. Diese Ruhe. Du hast... Mach mal zu. Geh mal raus. Mach das doch nochmal, bitte. Oh, mach nochmal. Ja, ey. So. Und jetzt? Wo bin ich? Ich muss erst mal gucken, wo ich überhaupt bin. Ach, Elisabeth, bisschen anstrengend, bitte. Kannst du den blauen beheben? Beheben. Äh, nee, nicht, dass ich wüsste. Außer, warte, warte, wait a second. Ah, hi. Ja, kann ich. Mach mal. Ja, danke. Und jetzt? Guck mal. Und jetzt? Wo müssen wir hin? Hast du es gesehen? Was müssen wir denn jetzt machen? Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, was unser Ziel ist. Weiß ich auch nicht. Hier. Oh. Ach nee, jetzt sind wir wieder am Anfang. Hä? Warte mal. Hallo. Wow. Wo bin ich denn jetzt? Ach, hier ist der rote. Ja, aber wo müssen wir denn hin? Da bin ich gerade hergekommen. Nee, hier bin ich hergekommen. Hä? Ach, guck mal, unser Lagerfeuer. Wir sind echt wieder am Anfang. Ah, mach mal den roten Hebel. Ja, ja, ja. Äh, kann ich nicht. Der blaue muss erst bewegt werden. Ja, dann mach. Ach nee. Ja? Ja. Ja. Orange. Ey, rot. Hab ich. Und jetzt muss orange noch. Orange geht nicht. Warum? Wo ist denn orange? Weiß ich nicht. Ich bin eingesperrt. SOS, SOA, okay. SOA. SOA. Ich bin auch orange. Hier muss doch irgendwo orange sein. Hast du denn einen Hebel? Nö. Warum? Mach mal rot. Wie? Ach, hab ich ja. Hi. Ja, von da ist nix. Hui. Äh, nö. Oder? Nö. Hier ist rot. Mach nochmal rot. Warte, dann muss ich ja nach China erstmal wieder. Ich renne. Mach. Nein, schweiß. Ja. Weil ich mach. Danke. Da ist auf jeden Fall. Kann ich das gar nicht bewegen? Warum nicht? Kann ich nicht bewegen. Warum nicht? Da, dann mach nochmal rot. Warte. Warte. Was ist für eine Scheiße? Ich renne. Ich renne. Oh, äh, der blaue ist jetzt. Warte. Sind wir jetzt eingeschlossen? Für immer. Nein. Ich seh den orangenen Hebel. Ja, dann mach. Aber ich komm da nicht hin. Warum? Weil das nicht geht, das Drehteil. Wieso? Weiß nicht. Was ist hier hinten denn? Mach mal rot auf. Ich bin eingesperrt. Ich hab langs. Warte. Ich muss erst den blauen dafür einmal anmachen. So blau. Warte mal. Dann muss ich hier da zurückreisen. Ja, nee, doch nicht. Jetzt reiß ich eben zurück. So. Hä? So. Und jetzt? Mach nochmal blau. Komm ich ja jetzt nicht dran. Ach, scheiße. Warte, ich mach eben so. Ja. Jetzt gleich komm ich doch zum blauen. Warte. Ja, das musst du auch so machen. Dann komm ich, glaube ich, da dran. Wir sind so schlau. Jetzt nochmal rot. Warte. Oh, guck mal. Hi. Voll süß, wenn du winkst. Das ist so süß. Das ist so niedlich. Warte. Ja. Und jetzt nochmal, äh, warte. Nee, gar nichts mehr. Hä? Über... Jetzt orange. Ja, aber da ist orange. Ich seh das schon, aber... Ja, dann mach. Jetzt. Warte mal. Geht? Nicht? Nein? Nein, doch, vielleicht. Oh. Warte. Warte, ich muss mich da... Ah. Steig mal hier. Kommst du hier lang? Nee. Hier? Dann muss ich den roten wieder bewegen. Ja, mach das mal. Einer muss hier sein, der andere muss auf die andere Seite, glaube ich. Hallo. Wie kann man jetzt den roten Hebel besuchen? Ja, den kann ich hier hinten drücken. Ja, dann mach das. Aber dann komme ich ja nicht mehr dahin, wo du jetzt bist. Ja, aber einer muss doch... Weil einer muss sich hier reinstellen. Ja, aber jetzt komme ich nicht mehr. Hier lang? Nee, da muss ich ja den roten wieder drücken. Bin ich denn? Gott, hier ist so ein Geheimgang. Was? So gruselig. Äh, jetzt muss ich mal einmal überlegen. Ich bin an einer Stelle, da müssen wir beide auf jeden Fall hin. Und hier ist alles mit rot und blau versorgt. Ja. Ja, und das geht dann nicht. Kannst du nochmal... Wie kann man das denn... Vielleicht nochmal rot nochmal? Warte. Äh, da muss ich aber erst im blauen drücken. Oder mach blau. Mach blau. Äh, wie komme ich denn da hin? Achso, warte, 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 warte. Nicht stressen. Stress nicht. Ja. Ah, da muss trotzdem rot. Okay. Der eine muss von da kommen und der andere... Von da? Und wo? Ja. Guck mal. Äh. Ich weiß ja nicht, wie ich dir den Weg zeigen soll. Wir sind ja nicht beisammen. Beisammen? Äh, ja. Kannst du... Siehst du mich? Siehst du mich? Siehst du mich hier? Ja. Kannst du den roten bewegen? Nee, ne? Doch. Warte. Mach mal. Warte. Ah, nee. Dann muss ich erst den blauen... Warte, 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 warte. Ja, aber der blaue wird dann wieder zugehen vorne. Du musst nämlich hier hin und ich muss auf die andere Seite. So eine Scheiße, ey. Voll lustig, wie du übergehst. Was machst du da? Ich komm ja auch nicht weg. Ich kann... Ah, ja. Rot, blau ist jetzt weg. Ja? Ja, toll. Rot brauch ich aber erst. Und dann blau. Warte. Oh, Gossi. Ja? Okay. Guck, jetzt blau? Nee, ich muss erst wieder rot machen. Ja, kannst du doch. Hallo, Gossi. Guck mal. Boah, wie du einfach gehst. Hi. Mein eigenes Bär. Ja. Hey. Hey. So. Guck mal. Komm mal hier. Kannst du jetzt hier her... Genau. Guck mal, einer muss hier gleich lang. Ne? Und dann kommt man zu so einer Drehtür. Kann man auch hier. Bedienen. Nein, jetzt bin ich hier hinten. Ja, ja. Gut, warte mal. Ja, und jetzt? Und der eine muss hier. Ja. Darunter gleich. Also roter Hebel. Ja. Ja, aber wer macht was zuerst jetzt? Wer geht... Du weißt ja, wo die sind. Aber die Frage ist, kommst du da dann auch hin? Eigentlich ja nicht, ne? Nö. Hä? Wie geht das denn dann? Willst du das mal ausprobieren, da oben? Dass du weißt, was ich meine? Und wo ist denn der rote Hebel? Rot, ne? Und wo ist der blaue Hebel? Hier hinten. Wo? Komm. Ach, du Scheiße. Das fände ich doch niemals wieder. Oh, warte. Drück. Hä? Geht nicht. Die geht nicht. Kann ich nicht drücken. Doch. Jetzt. Oh Gott. Und jetzt links rum. So? Ja. Und jetzt ist doch der blaue gedrückt. Jetzt kannst du ja den roten machen. Ja. Jetzt ist hier zu. Ja, ja, aber einer musste ja da bleiben. Ach so. Du musst ja den Weg gehen, den ich geben wollte, damit du das vielleicht reißt. Sag mir einfach Bescheid. Rot. Ja. Ja. Ach so. Jetzt bin ich in diesem Gang, aber ich komme hier nicht lang, weil die Tür klemmt. Ja, ja. 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 Wie war das denn jetzt nochmal? Gut. Das hatte ja einen Sinn. Warte. Warte. Woher habe ich das hinbekommen? Als ich von der anderen Seite gekommen bin. Äh. Von der anderen Seite. Ja. Von der hier. Okay. Komm mal her. Ich lasse dich mal wieder raus. Bisschen eingesperrt. Was brauchst du? Rot. Danke. Weißt du? Ja. Und jetzt. Hä? Warte mal. Bleib mal bei dem roten drin. Vielleicht kann ich ja für. Ja. Bleib da einfach mal, wo du bei dem roten Hebel. Ich glaube, dass wir jetzt das Rätsel haben, weil ich bin jetzt hier hinten drüben. Ach. Das war's schon. Jetzt musst du, glaube ich, den. Ach, guck mal. Jetzt komme ich hier unten lang. Hier ist so ein Geheimgang. Ich bin eingesperrt. Zwischen blau und orange. Bist du eingesperrt? Ja. Warum? Aber ich denke mal, dass es jetzt gleich ist, weil. Warte, jetzt muss. Warte, warte, warte. Ich renne einmal kurz. Ich kann nur noch rot bedienen, wenn du willst. Warte. Ich muss eben mal kurz gucken. Blau. Jetzt bin ich raus. Könnte ich rausgehen. Aber ich glaube mal hier. Bist du denn? Ah, ich seh dich. Guck mal, warte. Warte. Ich kann dich bedienen. Ja, komm hier rüber. Und jetzt? Ach ja. Und jetzt, warte, geh ich hier lang? Warte, 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 warte. So, jetzt mach den blauen. Ja. Hast du? Äh, warte, jetzt kann ich hier rüber. So. Und jetzt bin ich auf der anderen Seite. Ja, und jetzt? Weiß ich nicht. Ah, du musst den roten, glaube ich, machen. Ja, da muss ich aber nochmal blau machen, sonst komme ich nicht zurück. Ja, alles gut. Oh, da muss ich nochmal blau machen. Hä, es geht doch gar nicht dann. Hä? Bin ich jetzt doof? Ne, es geht dann gar nicht. Oder einer muss hier bleiben, damit das geht. Aber das geht auch nicht. Was ist das überhaupt für ein Geheimgang hier? Vielleicht. Oder komme ich von hier an den blauen dran? Ne. Das wäre es ja noch gewesen. Wo führt denn dieser Gang hier eigentlich hin? Hier ist so eine Eishöhle, ne? Da war ich auch schon drin, wo du warst. Das ist voll schön hier. Hier wohne ich jetzt. Äh, ja. Aber, ähm. Wie kommen wir denn jetzt da zurück, ist die Frage. Also, ich bin jetzt da, wo die Tür gerade geklemmt hat. Weißt du, was ich meine? Ja, aber du müsstest auf die andere Seite. Komm mal eben, du musst mal eben da hinkommen, wo die Tür gerade geklemmt hat. Ja, aber wie komme ich denn da hin? Äh, da, du musst da durch. Durch die eine Schleuse. Welche Schleuse? Durch diese, wo das rote Tor jetzt da oben ist. Hä? Du musst, ach, wie soll ich das erklären? Da, wo du mir gerade gezeigt hast, wo man hin muss. Da musst du hin. Ja. Ja, aber wie kommt man da hin? Ich komme doch hier gar nicht weg. Wo kommst du nicht weg? Warte, ich muss versuchen. Ich weiß nicht, wie man da hinkommt, ne. Wie? Ich bin am, bin ja ganz am Anfang gerade. Kannst du den roten Hebel nicht machen? Ne. Warum? Ich komme da nicht hin. Ich kann nur den blauen benutzen. Wenn ich den blauen benutze, das geht gar nicht mehr. Ich bin, ich bin in der Sackgasse. Wie? Ehrlich jetzt. Wenn ich den blauen benutze, sperre ich mich immer ein und andere. Nur auf einer anderen Position. Ehrlich jetzt. Da hinten komme ich dann nicht an dem roten dran, weil das, wir müssen hier zu zweit arbeiten. Dann bleib mal, geh mal zum roten. Ja, aber ich komme da ja nicht hin, ne? Ja, ich mache den blauen für dich dann. Ja, 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 okay. Das geht. Da nochmal blau, kannst du das nochmal machen? Warte. Weil dann würde ich, glaube ich, da lang kommen. Wo lang? Guck mal, jetzt bin ich da, wo du bist. Dann können wir doch zusammen dahin, oder? Ach, nee. Warte mal, kannst du nochmal zurückdrehen? Ich komme hier sonst nicht durch. Wie zurückdrehen? Kannst du nochmal zu den Spiralen hier kommen? Ich komme da sonst nicht durch. Ja. Jetzt können wir nicht beide hier rein? Nee. Geht da nur einer. Ach so, ja, aber da komme ich ja näher nicht lang. Ja. Jetzt ist ja auch hinten wieder alles zu. Wo ich vorhin war. Ja, voll komisch. Ja, toll. Kannst du nochmal roten... Äh, nee, warte mal. Wo musst du denn hin jetzt, genau? Ja, ich meinte gerade, dass du hier hinkommen sollst. Ach so. Hier? Ja. Ein bisschen ist da noch. Nicht viel. Hä? Ja, nimm alles. Hier geht es halt noch mal... Mach nochmal, äh... Man hier zu einem Spezialeingang. Und da kann man die... Du zu dem... Wo du gerade warst. Ja. Wo die Tür nicht weiterging. Aber ich glaube, das ging nicht. Ich glaube, das hat man schon mal versucht. Jetzt rot. Und dann nochmal blau. Aber ich glaube, das geht nicht. Nee, blau komme ich mir nicht hin. Ach doch, warte, warte. Rot. Ja, komm. Was, dann muss ich erst blau machen. Ja, ja. Aber jetzt bin ich eingespielt. Ach, das ist das Problem, was du auch hattest. Ja. Ja, toll. Ja. Weil, komm mal hier hin. Kannst du zu mir? Nee, ne? Wo ich bin? Guck mal, ich bin hier. Siehst du mich? In der Drehtür, wo du gerade warst. Nee. Schade. Ach, da. Ja. Weil hier muss man durch. Also hier ist noch eine blaue Tür eigentlich. Hier und dann kommt man auf der anderen Seite der Drehtür. Ja, ja, da war ich ja vorhin. Ja, ja. Aber das Problem ist mit den Schaltern halt, ne? Ja, ja. Ich kann noch mal den roten, ich kann, willst du mal da hin? Dann kann ich noch. Ich bin jetzt an den roten Schalter. Okay. Ich komm hier gar nicht weg. Jetzt bin ich vollkommen, komm, vollkommen irritiert. Hä? Was ist das für kacke? Weil hier ist ja... Das ist gar nicht möglich, Lisa. Das Spiel hier. Ähm. Hä? Oh, sieh, das irritiert mich voll komplett jetzt gerade. Was ist das denn? Ähm. Ja. Weil man kann nur von dem da hinten drehen. Kannst das Zelt nicht irgendwie weiterhelfen oder so? Oder wir nehmen noch mal den ganz neutralen Weg. Vielleicht muss man sich irgendwie gleich noch mal... Ähm. Guck mal, hier allein schon rot, blau und orange. Jetzt kann ich den roten Hebel wieder machen. Ja. Euch? Ähm, ja. Ich mach noch mal blau, was auch immer dann... Kannst du... Ach, du bist jetzt eingesperrt, ne? Ja. Kannst du noch mal rot machen? Und so war das vorhin, dass ich dann da eingesperrt war. Ich geh mal noch mal zu dieser einen... Aber jetzt sind alle Türen frei und jetzt blau. Jetzt könnte ich blau... Okay. Kannst du jemand blau drücken? Aber du ja nicht, ne? Ja, ich bin ja eingesperrt. Genau, ja. Das ist ja die komische Scheiße. Ich komm hier auch nicht... Kannst du noch mal... Warte mal, warte mal, warte mal. Von da geht ja nix, ne? Doch, warte mal. So. Jetzt konnte ich die Tür bewegen. Ich seh den orangenen Schalter, aber blau... Du kommst ja nicht raus. Du kommst ja nicht raus. Warum konnte ich die Tür plötzlich bewegen? Äh... Moment. Wie kann ich noch mal an rot dran? Hier. Ne, doch nicht. Oh mein Gott, wie kommt man jetzt noch mal da dran? Hier? Nein. Äh, kannst du ihn noch mal rot drücken? Äh, wo ist noch mal da? Ach, da. So, ich drück noch mal blau, damit du da raus kannst. Jo, jetzt bin ich draußen. Du musst ja da... Du musst ja da irgendwie... Kannst du noch mal... Hast du noch eine Möglichkeit, blau zu machen? Ne, ne? Ja, wenn ich hier rumgehe. Ich glaube, es gibt zwei. Ich glaube, es gibt zwei Schalter. Jetzt ist ja zu. Ne, ich komm nicht am blau ran. Hä? Das ist doch verarsche. Das ist doch voll verarsche, Bossi. Das ist ein verarsches Spiel. Locker. Ja, ja. Hä? Jetzt komm... Ne. Ich bin noch vorhin... Langgekommen. Jetzt komm ich an blau. Ja, ich auch. Ja, komm. Ah, hier sind beide hier. Ach, toll. Warte. Ne. Können wir einfach nicht die Holzdinger hier einreißen oder so? Geht bestimmt. Mal so von der Logik her. Wenn man jetzt rot drückt, bin ich wieder an der einen Stelle. Soll ich rot? Ah, wie bescheuert. Man kann ja hier einfach durch... Was? Nochmal blau drücken. Man kann da ja einfach durchlaufen, sag ich. Ja, aber wenn du jetzt blau drückst, dann nicht. Nein, da hinten meine ich. Guck mal hier. Ach so, ja. Das ist ja klar. Ich möchte gerne... Hast du die Möglichkeit, rot und blau? Wenn... Oder bist du dann wieder eingesperrt? Ähm, warte. Ähm... Blau. Jetzt. Nicht eingesperrt. Ja, aber wir haben das doch vorhin mal geschafft, dass ich da an der Stelle... Ach, scheiße. Leicht. Er so. Dann. Ne, jetzt. Warte, warte, warte. Versuch's. Also blau und rot meintest du, ne? Ja, erst rot und rot. Klappt, ne? Schade. Vorhin war ich da an der einen Stelle. Stell du dich mal da vor. Doch, es geht doch. Guck mal. Mach nochmal... Warte mal. Den Weg nehmen wir hier. Ach, nee, da ist ja ein blauer. Nee. Doch, da ist dann blau vor. Äh, drück mal blau. Jetzt drück ich nochmal rot. Ach, nee, dann ist das zu. Vielleicht musst du an dieser Stelle eingesperrt sein. Einer. Hm. Aber wie willst du dann nach orange kommen? Und dann da durch. Und dann ist da ja auch auf. Dann da unten. Und hier ist dann ja auch auf. Hm. Hi. Hallo. Ähm. Gossi, sind wir doof? Ja. Sind wir. Ich mach nochmal rot. Hä, aber da muss doch irgendwie so Sinn ergeben, oder nicht? Es ist... Was ist das denn für ein Scheiß hier? Oh, ja, toll. Und das war es jetzt rot, ne? Ja. Ja, aber kann ich ja nicht. Ich brauche euch ja wieder... Ach, den anderen blauen Hebel. Anderer blauer Hebel? Die waren da nicht zwei, oder habe ich jetzt eine Einbildung? Die ist doch nur einer. Achso. Ja, ist halber. Klappt nicht, ne? Und rotz. Ich drehe mich einfach die ganze Zeit im Kreis. Vielleicht fällt mir... Nein, Spaß, aber... Warte, warte, warte. Ich komm jetzt zu blau. Jetzt? Jetzt den roten Hebel. Aber da komm ich jetzt nicht hin. Bin da eingesperrt. Hä, wie scheiße. Und da drück den blauen nochmal. Geht nicht, ich bin da eingesperrt. Ich bin jetzt komplett... Du kommst nicht an rot und auch nicht an blau. Ich komm an gar nichts gerade. Doch, an blau, ja jetzt, ja. Und jetzt kommst du auch an rot, oder nicht? Ne, weil ich an den blauen Hebel drücke. Achso. Hä? Sind wir dumm? Der blaue, der rote Hebel ist doch... Oh. Goss, ich weiß nicht. Naja, die Aufnahme ist eh schon vorbei. Die Folge. Die Aufnahme. 25 Minuten sind wahr. Alter, vergesst du... 26. Sollen wir beenden? Mhm. Gut. Dann bist du in einer neuen Folge von... We were here together. Wo wir hoffentlich weiterkommen, ne? Ich sag nein, und du? Ich sag... Hm, doch. Doch, irgendwie. Irgendwie komme weiter. Naja, bis dahin. Drückt uns die Daumen und... Tschüss. Tschüss. Tschüss.